Für den Musikmachen mehr sein soll als nur ein Hobby, der muss Mittel und Wege finden, damit Geld zu verdienen. Wie das geht, darüber talken wir gleich. Los geht's. Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk-Podcast, mein wöchentlicher Talk zum Thema Musikmachen. Heute geht's mal um Kohle und dafür habe ich mir die Janett eingeladen. Hallo Janett. Hallo noch Erik. So, Geld verdienen mit Musik. Schwieriges Thema, ne? Jo. Jo. Aber wir wollen heute nicht in Depressionen verfallen, sondern wirklich uns darüber unterhalten, was es denn für Möglichkeiten gibt, da mit dem Hobby eben irgendwie weiterzukommen beruflich. Und dazu ist auch noch dabei der Stefan. Das ist nämlich Buminger Audio. Hallo Buminger. Hallo. Hallo. Und? Heute wieder Geld gemacht? Ja, kommt noch. Ich muss nachher noch einen Master machen. Du musst ein bisschen lauter sprechen, Stefan. Das kommt heute noch. Das kommt dann nachher um sechs, habe ich einen Auftrag, der dann wird dann beziehen. Alles klar, da müsst ihr uns ja ein bisschen beeilen heute mit unserem Talk, ne? Damit ihr dann noch an den Start kommen könnt. Alles klar. Und dabei ist auch noch der Benjamin aus dem Light Mountain Studio in Lichtenberg. Hallo Benjamin. Richtig. Genau. Light hier auch mit Cola Light. Sogar heute. Sehr glücklich. Alles dabei. Genau. Und du hast mir auch so ein schönes... Ja, freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Und du hast mir ja ein schönes Bild geschickt. Wo ist das denn her? Das kursiert gerade im Internet, auf Facebook. Das ist natürlich der Hammer. Allein die Grafik. Aber mich würde eigentlich mehr interessieren, was da drin steht. Weil das ist bestimmt sehr spannend. Das würde mich auch interessieren. Genau. Wie man das in den 70er Jahren noch machen konnte. Weil da war es, glaube ich, einfacher. Sage ich jetzt mal so. Als in der heutigen Zeit. Und das ist mir heute auch ganz wichtig, dass wir nicht über alte Zeiten reden. Sonst fangen wir wieder ran, darüber zu diskutieren, wie toll das doch alles war. Ja, ich habe tatsächlich für ein Techno-Album mal 120.000 Mark Vorschuss bekommen. Die Zeiten kommen nicht wieder. Und damit wollen wir uns auch heute eine Stunde lang nicht beschäftigen, sondern wirklich konkret über das reden, was man als Musiker heute machen kann, um damit Geld zu verdienen. Fangen wir doch einfach mal an, darüber zu reden, was es so für Institutionen gibt, von denen Geld kommen könnte. Wie sieht es denn heutzutage aus mit der GEMA, Benjamin? Du bist ja Songwriter. Ist GEMA-Mitgliedschaft Pflicht, wenn man irgendwie Geld verdienen will und auch Songs schreibt? Wenn man Songs schreibt und die selber live aufführt, eine Band hat oder wenn man Songs schreibt für andere Bands, ist es auf jeden Fall notwendig, in die GEMA einzutreten. Weil die GEMA ist die einzige Organisation, die berechtigt ist, als Verwertungsgesellschaft aufzutreten und Gelder vom Rundfunk, von Konzertveranstaltern, von Plattenfirmen einzutreiben und sie den Autoren dann auszuschütten. Man muss dann aber abwägen, weil ich glaube, die Einstiegsgebühr sind glaube ich 150 Euro und dann hat man eine Jahresgebühr von 50 Euro und da muss man natürlich wissen, dass mindestens das dann auch reinkommt auf lange Sicht, sonst lohnt sich eine Mitgliedschaft nicht. Das heißt, wenn man nur Produzent ist oder Mischer und eigentlich nie in den Copyrights der Songs drinsteht, muss man nicht zwingend in der GEMA sein. Alles klar. Janett, bist du in der GEMA? Du bist ja Songwriterin. Ja, klar. Auf jeden Fall. Und es lohnt sich auch, wenn man live spielt. Also ich spiele ja jetzt die letzten, naja, ein, zwei Jahre sehr wenig live, aber selbst dann lohnt es sich. Mittlerweile. Ähm, wie funktioniert das denn mit der GEMA? Wie kriege ich denn da Geld? Reiche ich da eine Liste der Songs ein, die gespielt worden sind oder wie sind da die, ähm? Beim Live-Spielen meinst du? Mhm. Genau. Da füllst du eine GEMA-Liste aus. Also entweder der Veranstalter gibt dir die Liste und du füllst die aus oder du machst, also ich mache es immer zusätzlich auch noch online. Das geht nämlich mittlerweile ganz einfach und das ist dann sichergestellt, dass das auch wirklich ankommt, weil da muss man auch am Jahresende immer schauen, ob da wirklich alles berücksichtigt wurde. Wahrscheinlich nicht aus böser Absicht, aber viel geht dann doch, geht doch unter oder taucht einfach nicht auf. Es ist ja auch so, dass viele, ähm, GEMA-Gelder pauschal abgerechnet werden. Ähm, und da muss man dann aufpassen, wenn man mich selber nicht angemeldet hat, äh, dann kann es ja passieren, dass Michael Jackson posthum dein Geld bekommt, ne? Mhm. Okay. Okay. Ja. Wenn ich sie mich ahne, stimmt. Ja, genau, weil die Gelder ja irgendwie verteilt werden müssen, ne? Genau. Ähm, Stefan, bist du denn Mitglied in der GEMA? Du bist ja eher so technomäßig unterwegs. Ich bin gerade im Prozess der Anmeldung, weil ich ja jetzt mit Thorsten zusammen komponiert habe und da lohnt es sich dann für mich schon und deswegen bin ich gerade im Prozess der Anmeldung. Okay. Also ich denke mal, nächstes Jahr kann ich dann mit der GEMA auch Geld verdienen, wenn ich noch ein, zwei Mal mit Thorsten jetzt auftrete und dann die Sachen auch auf Platte gepresst werden und auf CD. Deswegen lohnt es sich ab nächstem Jahr dann für mich dann schon Mitglied zu sein. Ähm, wie sieht das aus, Benjamin, mit so einer GEMA-Abrechnung? Wie oft bekommt man die im Jahr? Ähm, ausgeschüttet wird in der Regel viermal im Jahr. Ähm, erster, 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 vierter, erster, siebter, erster, zehnter. Und das, die werden dann immer, ähm, bestimmten Bereichen zugeordnet. Zum Beispiel war immer am 1.4. war immer die Live-GEMA des vorigen Jahres und dann gibt es zweimal die Phono-GEMA im Jahr. Immer für das erste Halbjahr davor und dann das zweite Halbjahr davor und dann gibt es noch Fernsehen, Rundfunk. Also jede Sparte wird immer an einem anderen Termin sozusagen, ähm, ausgeschüttet. Und so kann es halt auch sein, das ist bei mir auf jeden Fall so, dass es dann mal, ähm, viel gibt und dann mal deutlich weniger. Ähm, was bei mir zum Beispiel damit zusammenhängt, dass meine Musik kaum im Radio stattfindet, ähm, die ich mache oder wenig im Radio stattfindet. Und dann ist halt der Radioposten relativ klein, der Live-Posten und der Phono-Posten dann wieder größer. Und Nachteil ist, dass man nie genau weiß im Vorfeld, was kommt. Es sei denn, man ist ein wirklicher, ähm, EDV-Fuchs und, ähm, checkt im Vorfeld all seine Konzerte und kennt sich mit den Wertungsverfahren aus. Wenn zum Beispiel ein Stück im Fernsehen gespielt wird, dann hat das damit zu tun, ob es beim ZDF gespielt wird oder auf Tele 5. Bei Tele 5 gibt es nichts. Bei ZDF reichen zwei Minuten für ein paar hundert Euro in der Primetime. Da sind so viele Faktoren, ähm, deswegen ist es immer wieder, ähm, ein bisschen wie Weihnachten und ein bisschen auch ein Bangen, wenn dann die GEMA-Ausstüttung kommt. Okay. Das wäre nämlich, Janett, meine nächste Frage gewesen an dich. Was bekomme ich denn als Autor, ähm, dafür, wenn zum Beispiel ich ein Gig habe, wo 500 Leute anwesend sind, die haben alle 10 Euro bezahlt. 5.000 Euro. Ne, Quatsch. 500 Euro. 5.000 Euro wäre gut. Ähm, also, ich kann dir das gar nicht so genau sagen, weil ich bin da überhaupt nicht der Crack. Im Gegenteil, ich bin sogar, also ich vergesse das irgendwie voll oft und ich habe dann immer Leute, die mich daran erinnern und die sagen, hey, mach doch mal, hast du schon für das und das Konzert eingereicht? Ähm, ich kenne mich damit nicht so richtig gut aus, aber, ähm, ich bin immer wieder überrascht, weil ich vergesse es wirklich manchmal, das zu machen und bin dann überrascht, dass irgendwie plötzlich mir 600 Euro überwiesen werden oder sowas, wo ich denke, ich habe gar nicht gespielt. So, wie kann das sein? Ähm, ähm, und aber es ist, glaube ich, auch abhängig davon, wie viel, also, wie viel Publikum da ist, wie groß die Venue ist, ähm, ob Eintritt gezahlt wurde, wie viel und dann natürlich, wie viel du auch gespielt hast. Also, wie, so, ne? 30 Stück. Weil, soweit ich mich erinnern kann, äh, gab es ja in den letzten Jahren da sogar noch Veränderungen, dass, äh, die Live-Geschichten, ähm, mehr gewichtet wurden oder viele Veranstalter gesagt haben, oh, wir müssen jetzt deutlich mehr, äh, GEMA bezahlen, äh, wir können diese Konzerte gar nicht mehr finanzieren, weil wir so viel GEMA bezahlen müssen. Aber es scheint ja so zu sein, dass, äh, selbst die, äh, GEMA-Mitglieder gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Naja, es gibt schon Leute, die, die das wissen. Ich gehöre halt nicht so dazu. Na, fragen wir mal den Benjamin. Gehörst du dazu? Ähm, ja, aber nicht viel mehr als Janett. Also, ich weiß, dass es, wie gesagt, eine neue, äh, Berechnung gibt. Das nennt sich Inka und da spielt jetzt die, ähm, die Venue-Größe, der Eintrittspreis und, ähm, die Anzahl der Zuschauer eine Rolle. Was ich schon merke, weil meine Live-GEMA ist deutlich angestiegen, was natürlich damit auch zusammenhängt, wenn jetzt irgendwie Eisbrecher oder Tanzwut auf dem Mera Luna spielen, wo dann, ich glaube, 20.000 Leute sind, mit einem relativ hohen Ticketpreis, wird es natürlich auf die Bands runtergebrochen, aber dadurch kommt dann doch eine ganze Menge. Ähm, das ist die Veränderung für uns Autoren und das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und den, ähm, den Musikclubs, muss man mal sagen, ähm, oder die Leute, die auf die, über die GEMA schimpfen, ähm, wenn du in eine Disco gehst oder in eine Venue, wo ein Konzert spielt, ist sozusagen das, weswegen die Leute herkommen, die Musik. Und der Disco-Betreiber verkauft noch seine Getränke und, ähm, das wäre absurd, wenn man den Musikern, die diese Musik geliefert haben, nichts gibt. Also deswegen bin ich ein großer Fan der GEMA und, ähm, das muss man einfach auch mal klarstellen, ähm, dass das sozusagen, die Musik ist der Grund, warum man in die Disco geht und tanzt. Wenn da keine Musik spielt, kann der noch so tolle Getränke haben. Dann kommt keiner. Ähm, das hört sich ja jetzt erstmal so an. Ja, Stefan. Also wenn wir jetzt schon von Disco reden, da ist dann immer mein Problem, also ich hab ja auch schon, äh, weiß nicht, 12 EPs oder sowas, halt im elektronischen Bereich, äh, released, die nicht in der GEMA gelistet sind, aber hat sich für mich bis dahin auch nicht gelohnt, weil die auch, also die wurden dann zwar in Clubs vielleicht teilweise gespielt, aber es gibt ja deutschlandweit, was weiß ich, nur 20 oder 50 Geräte oder sowas, die in Discos verbaut sind, mit der die GEMA sozusagen nachprüfen kann, was dort gespielt wurde, weil viele Clubs diese Geräte gar nicht bei sich haben installieren lassen. Ach, reicht das gar nicht, dass man... Also dann ist nicht das Problem und dann wird das pauschal nämlich abgerechnet, ne? Und dann siehst du gar nichts. Ja, weil es gibt, es gibt diese Geräte, aber dann, also einerseits wahrscheinlich auch nicht genug und andererseits wollen dann die Clubbetreiber teilweise nicht, dass die Geräte bei ihnen installiert wird und dann alles, was dort gespielt wird, wird dann halt irgendwie pauschal abgerechnet und wenn du halt nur in solchen Clubs gespielt wirst, dann wirst du gar nicht gezählt, weil, ähm, ja, wird ja irgendwie gar nicht registriert, dass das, äh, gespielt wurde. Und dann hat man ja noch das Problem... Ja, da spielt das, da spielt die Bekanntheit des Stücks dann eine Rolle, leider. Also da hat Non-Eric dann recht, dann kriegt sozusagen der bekannte Künstler, also David Guetta kriegt dann noch mehr Geld und die vielen kleinen Künstlsongs, die dann auch gespielt werden, die werden dann oft nicht bedacht bei so einer, ähm, äh, ja, bei so einer Disco-Bespielung. Da gibt es halt nicht diese genauen Auflistungen. Ähm, das Gleiche gilt für zum Beispiel, ähm, Radios beim Zahnarzt oder so. Wenn der Musik anlaufen hat, das ist dann die, nennt sich, glaube ich, M-Mechanen-Lizenz, das wird quasi anhand deiner Umsätze in der Unterhaltungs-, in der U, also in der Unterhaltungs-Live-Musik, wird das runtergebrochen, was du dann an M kriegst. Ähm, aber da kommen wir, da steigen wir eigentlich schon viel zu tief in die GEMA-Materie ein. Aber das ist tatsächlich, ähm, die totale Kontrolle gibt es da leider nicht oder beziehungsweise zum Glück nicht. Sonst müsste halt wirklich jede Nacht in jedem Club, in jeder Kneipe mitgeschnitten werden und Computer müssten das auswerten. Ich glaube, das ist zukünftig, und darum geht es ja auch so ein bisschen bei diesem neuen Gesetz, was die EU verabschiedet, dass es so eine Art, ähm, Fingerabdruck der Songs gibt, dass man sie halt im Netz vorrangig, aber vielleicht auch später dann in den Clubs besser und genauer zuordnen kann, auch bei den Verwertungsgesellschaften, dass die Künstler dann halt, die Autoren eben das Geld kriegen, was ihnen dann zusteht. Deswegen ist es, glaube ich, ähm, für Musiker wie euch ganz wichtig, dass ihr auch immer eure Playlisten abgebt, weil sonst alles, was nicht, äh, zugeordnet werden kann, wird David Guetta zugeordnet, ne? Ja, da, wo du von Playlist redest, wenn du natürlich nur als Produzent tätig bist, sozusagen von diesen Liedern, dann kannst du natürlich keine eigenen Playlists abgeben, ne? Dann fällst du da einfach komplett durch. Das wollte ich bloß sagen. Ähm, Stefan, das war vielleicht auch ein bisschen so der Grund, warum du bisher gar nicht in der GEMA warst oder bist. Genau, das wollte ich, das wollte ich deswegen damit auch sagen. Also jetzt, wo ich halt auch mit einem größeren Künstler was mache und es dann auch auf CD und auf Platte gepresst wird, da lohnt es sich dann auch für mich, wirklich dann GEMA-Anmeldungen zu machen. Aber bis jetzt habe ich es halt auch nicht gesehen, dass ich halt irgendwie die 50 Euro dann halt über den Weg auch reinkriege pro Jahr, dass sich das für mich rechnerisch gelohnt hätte. Weil, also, der Rest meines Geldes größtenteils eher über Dienstleistungen dann in dieser Branche passiert. Hm, ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Tonträger, äh, GEMA-Erlöse sind nicht mehr das Thema, sondern es geht hier primär um Radio und um Live. Ja, und dann YouTube vielleicht noch, ne? Das würde ich nicht sagen. Also, Tonträger sind in Deutschland noch relativ stabil. Ähm, ich habe Statistik gesehen, ich glaube, 50, 60 Prozent sind tatsächlich noch Erlöse durch Tonträger. sind natürlich rückläufig, aber dafür steigen auch die Online- oder die digitalen Bezahlmodelle, Spotify, iTunes und Co. Aber Phono, wenn eine CD viel verkauft wird, gibt es auch noch gut GEMA. Aber die Verkäufe sind natürlich im Vergleich, wir wollen nicht über die alte Zeit reden, aber deutlich geringer als noch vor 20, 30 Jahren. Das muss man schon sagen. Was machen deine Streaming-Erlöse, GEMA-mäßig? YouTube, kriegst du da Geld? Ui. YouTube, äh, kommt jetzt zum 1.12. Thema hat sich mit YouTube ja geeinigt. Und, ähm, für den Zeitraum, ich glaube, bis 2012 bis 2016 wurde jetzt auch was gezahlt. Eine Summe, über die Stillschweigen, äh, ähm, ja, vereinbart wurde. Und das wird jetzt tatsächlich ausgezahlt. Und da war nämlich jetzt die Frage, wie zahlt man das jetzt aus? Und, äh, eine Idee war, dass man sagt, jeder kriegt jetzt irgendwie 500 Euro, jedes GEMA-Mitglied. Das war ein toller Gedanke, aber dann hat sich jemand wohl auf den Aussichtsrat hingestellt, gesagt, wir sind eine Verwertungsgesellschaft und wir müssen uns bemühen oder wir müssen eigentlich sicherstellen, dass es eine Zuordnung gibt. Wir können das jetzt nicht so verteilen. Das heißt, jetzt gibt es wohl eine an den Höhen der Erlösen in anderen Sparten gemessene Auszahlung. Und die kann man aber einklagen, wenn man das Gefühl hat, man ist da nicht richtig, äh, bedacht worden. Wenn man zum Beispiel irgendeinen YouTube-Hit hat, der aber nicht sich widerspiegelt in einen, in CD-Verkäufen oder so, ähm, in meinem Fall müsste ich mal prüfen, ist es Xandria mit 18 Millionen Views auf YouTube. Ähm, das würde ich, denke ich, mal prüfen lassen, ob sich das lohnt, da nochmal eine Einzelbewertung zu machen. Das kann man dann wohl reklamieren, drei Monate danach. Äh, verstehe ich nicht ganz das Problem, Benjamin. Denn, ähm, YouTube als Datenkrake ist doch in der Lage, jede Aufwertung auf den letzten Klick herzustellen. Also, ich verstehe nicht, wie die GEMA sich darauf einlässt, Deals zu machen, wo der, wo nicht wirklich für jede gespielte Stream Geld bezahlt wird. Weil es ist ja, man tut ja so, als könnte man das nicht, äh, zuordnen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Es gibt dieses Fingerprint-System, wo du deine Songs hochladen kannst, dann rattert er durch das Ganze, durch alle YouTube-Videos der Welt und findet raus, wo dein Song äh, benutzt worden ist. Also, es ist genau im Gegenteil. Es ist ja gerade YouTube in der Lage, genau diese, genau gezielt auf den einzelnen View, ähm, eine Ausschüttung zu machen. Ja, das ist genau das Thema. YouTube hat gesagt, nicht so genau, sondern nur, wenn es eine Urheberrechtsverletzungsklage oder ein, 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 eine Message von einem User gibt, Vorsicht, das gehört jemandem anders. Die haben sich ja lange Zeit rausgehalten, haben gesagt, wir sind nur Provider, ihr stellt alles rauf, ähm, wenn es Probleme gibt, müsst ihr das mit dem, der es raufgestellt hat, lösen. Jetzt ist es aber so, dass man ja dahin kommen möchte, auch EU-weit, dass alles, was hochgeladen wird, ähm, über so ein Fingerprint-System, was ja wirklich funktioniert, ist ja kein Problem, ein Stück, auch wenn es langsamer oder schneller abgespielt wird, zu identifizieren, dass man es zuordnen kann. Und ich, in Zukunft wird es auch darauf hinauslaufen, dass es wirklich für jeden Song dann eine detaillierte Aufgabe gibt, was die Klicks betrifft. Das ist jetzt das Bestreben der EU, sozusagen. Alles klar. Gut, wollen wir uns nicht zu, allzu lange jetzt mit dem Thema GEMA aufhalten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, wenn man Geld verdienen möchte mit Musik. Meine nächste Frage wäre, was ist denn diese komische GVL? Das möchte ich dann von euch beantwortet wissen nach einer kurzen Werbung. Hofer Akustikmodule sind die Problemlöser, wenn es um perfekten Sound in Tonstudios geht. Tontechniker und Produzenten nutzen diese professionelle und preisgünstige Raumoptimierung mit kostenloser 3D-Planung. Bass Traps, Diffusoren, Absorber und Akustikvorhänge von Hofer, der Nummer 1 in Deutschland. Stefan, was ist denn GVL? Gesellschaft für Verwertung von Leistungsschutzrechten. Und da wärst du ja auch als reiner Produzent schon wieder im Boot, denn soweit ich weiß, ist das Leistungsschutzrecht auch dann gegeben, hast du deine Leistung auch als Produzent geleistet und kriegst dafür Geld, auch von verkauften Tonträgern. Ja, und da ist dann aber der Punkt, wenn man jetzt heutzutage sich nur im Digitalen sozusagen bewegt, dass dann, also wenn deine Kunden das dann auch nur über, na, wie heißen sie jetzt, TuneCore und Co. alle releasen, dass die dann das auch angeben, dass du dann damit beteiligt warst. Das kannst du ja machen, Stefan. Du kannst ja bei der GVL in so einem etwas veralteten Internetauftritt nach Werk suchen und sagen, Leute, bei dem Werk habe ich als Produzent mitgearbeitet. Und dann wird das geprüft. Das dauert dann meistens Wochen und Monate. Und dann kommt dann irgendwann so ein Haken da dran. Manchmal in zwei Fällen wollten sie von mir auch eine CD, ein CD-Booklet als Foto, wo dann draufsteht, mixed by Benjamin Schweden, um das wirklich sozusagen zu verifizieren. Sonst kann man sich ja reinschreiben, übrigens, ich habe bei Michael Jackson habe ich die Gitarre eingespielt. Wo ist denn mein Geld? Also die prüfen das schon, wenn das also nicht plausibel ist. Aber man kann das selber sozusagen das Einpflegen in diesem Art-Sys-System, um seine ganzen Kooperationen, Studioaufnahmen als E-Gitarrist, was auch immer man gemacht hat, da sozusagen anzugeben. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, also da kommt komischerweise sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist bei fast allen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Also früher bei den Radiosymphonieorchestern, bei denen kamen immer sehr, sehr viele am Ende des Jahres. Die haben dann mal so 15.000 Euro bekommen, weil sie halt übers Jahr immer ihre Werke im Radio gespielt wurden. Und da wurden die Leistungsschutzrechte immer fürstlich oder recht gut bezahlt. Das ist jetzt auch schon weniger geworden. Und so richtig versteht, ich verstehe es auch nicht und die Kollegen, niemand weiß so richtig, wie die abrechnen und wann und warum das noch nicht kommt. Und GVL ist tatsächlich ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Okay. Schon wieder so was relativ intransparentes. Komisch. Janett, bist du GVL-mäßig unterwegs? Nee, und jetzt finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm, dass ich das mal verpasst habe. Also jetzt bei dem nächsten Album würde es sich sehr wirklich lohnen, weil ich da komplett alleinige Produzentin bin quasi und das irgendwie auch alles eingespielt habe. Aber wenn der Benjamin jetzt sagt, es lohnt sich eh nicht, dann lohnt sich es natürlich bei so einem, bei einer Kleinkünstlerin wie mir dann erst recht nicht. Ich habe es bisher einfach immer versäumt, weil, ähm... Also GVL kostet ja auch nichts im Vergleich zur GEMA. Ja, ja, das stimmt. In der Hinsicht ist es da halt nur Papierkram, genau. Ja. Ja. Also wenn es die anderen für einen nicht tun, muss man es selber machen und immer hinterher sein, immer schön einpflegen und dann kriegt man vielleicht irgendwann auch ein paar Cent. Ja, okay. Gut, dann haben wir jetzt erstmal so die, die Standards durch. GEMA, GVL, da kommt also Geld herein. Dann gibt es natürlich die Live-Auftritte, die Streaming-Erlöse, bla, bla, bla. Aber es ist ja nun auch so, dass man Hans Dampf in vielen Gassen sein muss heutzutage, glaube ich, wenn man mit Musik Geld verdienen möchte. Benjamin nickt schon, denn Benjamin, du bist ja auch sowas wie ein Product-Spezialist geworden. Demnächst gibt es ein Event, wo du wieder am Start bist. Ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe ja ganz viel Know-how, ich kenne die Software gut, ich arbeite jeden Tag mit diesen Dingen, ich kann auch als Vorführer, Product-Spezialist zum Beispiel bei der Imster an den Start gehen. Erzähl mal, was da drüber ist. Genau. Ja, das ist tatsächlich ja durch die Musetalk-Verbindung und zu dem Ray von dem Organisator der Imster Festa entstanden, dass ich da gefragt wurde für Fabfilter, die ich ja privat auch gut finde und nutze, die zu präsentieren als Produzent und klar, das macht mir natürlich auch Spaß, also so eine Messe ist sowieso irgendwie interessant, man trifft ja auch viele Leute und wenn das dann auch noch bezahlt wird, umso besser. das ist natürlich eine Sache, die ich dann auch gerne mache, das ist ja ein Meet & Greet sozusagen, kann man sehr empfehlen, viele interessante umsonst Masterclasses, da muss man sich halt nur anmelden und dann kann man da teilnehmen, ansonsten kann man auch durch die Räume spazieren vom SAE-Institut in Berlin an den besagten 27. Oktober und sich da von Produktspezialisten und von den Firmen ihre neuesten Sachen zeigen zu lassen, es gibt dann auch Verlosungen und so weiter, also es ist ein ganz nettes Event. Genau, das ist ein Teil meiner Tätigkeit, ich bin ja auch noch, ich bin ja eigentlich auch ausgebildeter Gitarrist und spiele dann auch noch Konzerte und als klassischer Gitarrist, aber auch E-Gitarre mit einer Funkband, was ich auch gut finde, weil es dann, wenn man lange im Studio saß, dann auch wieder schön ist, mal wieder ein Gig zu haben, mal wieder live zu spielen und das beeinflusst sich gegenseitig und ich würde auch gar nicht sagen, dass dieses breit aufgestellt sein, so was ganz Neues ist. Ich weiß zum Beispiel damals Mozart, die haben die Sachen dirigiert, die haben die selber gespielt, die haben komponiert, die haben unterrichtet. Also das ist gar nicht so selten oder so eine Besonderheit der heutigen Zeit, dass man breit aufgestellt sein muss oder dass es gut ist, breit aufgestellt zu sein. Okay, Benjamin, versuch doch mal, ich werde jetzt mal den Stefan dazu ausfragen, vielleicht doch mal eine neue Verbindung herzustellen, weil wir haben hier immer ein permanentes leichtes Knistern, eventuell ist der Audio-Buffer bei dir zu klein, du kannst dich ja nochmal einwählen. Okay. Stefan, du bist auch auf der Imster, oder wie? Genau, ich werde den Benjamin zwei Stunden vertreten, wenn er seine Masterclass hält, dann werde ich mit Bitwig so ein bisschen Färbfilter erklären, was man da dann so erreichen kann mit den Modulationsmöglichkeiten und dann Färbfilter und den Geräten dann zusammen. letztes Jahr habe ich mir nur als Zuschauer die Imster angeguckt und da kann man dann halt auch die Hersteller mal persönlich kennenlernen und dann auch vielleicht mal Kontakte knüpfen, wenn man halt für die vielleicht arbeiten will, früher oder später oder erst mal dann vielleicht nur Betas für die machen und dann sehen die, ah, okay, der kann da vielleicht Sachen zu sagen, die unsere anderen Angestellten noch nicht so den Blick für haben und dann kann man da vielleicht in der Firma auch reinrutschen und hat dann vielleicht sein festes Gehalt pro Monat, womit man dann halt schon mal dann auch arbeiten kann, wenn man seine eigene Musikkarriere nach vorne treiben will. Ja, wenn man da so dauernd sowieso in der Software rumstochert oder im Reaktor eigene Sintis produziert, herstellt, testet. Also ich meine, wie gesagt, also bei mir ist ja auch, also ich mache halt, bei mir kommt, also im Moment kann ich ja ganz offen sagen, kommt das meiste Geld von Mastern bei mir. Also ich meine, ich habe ja Tontechnik studiert und dann Musikwissenschaft und dann meinten alle so, okay, der Master. Aufsprechen, Stefan. Ja, also mein Geld kommt von Mastern größtenteils im Moment, obwohl ich eigentlich die anderen Sachen auch sehr gerne mache und dieses Mal, also Anfang des Monats war ich dann auch das erste Mal seit einer ganzen Weile wieder auf einer Bühne im Theater und habe zwei Stunden lang Live-Delays für Thorsten Queschnings Live-Performance gemacht mit den vier Streichern und so und das ist dann auch mal wieder immer eine schöne Abwechslung, wenn man halt sonst eben nur die ganze Zeit am Mastern ist und dann sich so mal wieder kreativ ausleben kann und dafür dann auch Geld bekommt, weil das ist dann, also für mich ist das dann einfach verdientes Geld, eher auf der Bühne zu stehen und dann was zu machen und macht Spaß. Cool. Janett, bist du auch Produktspezialistin? Machst du sowas oder ist das noch nicht in deinem Portfolio? Na, wenn die Voxbox dazu zählt? Stimmt, die EISO-Voxbox, ja, ja, stimmt. Die EISO-Vox. Nee, gar nicht. Ich bin ja, also ich komme ja eher aus dem, ursprünglich aus dem Pädagogik-Bereich, also ich habe ja Musikpädagogik studiert und bin sonst bei allen Sachen irgendwie so Quereinsteigerin, also Licht- und Tontechnik mache ich auch als Quereinsteigerin. Genau, und ich habe aber so vor zwei, drei Jahren, habe ich mir vorgenommen, ich mache das nämlich schon sehr lange mit der Pädagogik, dass ich da ein bisschen ausgedient habe und ich will einfach viel mehr Musik machen, also meine eigenen Sachen, aber halt eben auch einfach auf der Bühne spielen, also ich mache ganz viel, zum Beispiel in so einer, ich spiele in einer Damenband, das sind so 20 Frauen, die irgendwie für so Corporate-Gigs entsandt werden in verschiedenen Kombinationen, so, da spielen wir Jazz, Swing-Sets, aber auch einfach total so Top-40 gemischt und sowas und was ich jetzt ganz neu entdeckt habe, also was mega viel Spaß macht, das habe ich jetzt bei zwei Theaterproduktionen gemacht, die Musik für Theaterstücke, da hatte jetzt gerade das letzte Stück am Donnerstag Premiere und da schreibe ich die Musik sozusagen für die Theaterproduktion und das und nehme die auch auf und so und das war, das ist schon richtig toll, also das würde ich sehr gerne viel, viel mehr auch machen, was natürlich was super ist mit, wie du ja weißt oder vielleicht einige, dass da jetzt was, dass der Nachwuchs geplant ist, das würde sich, würde auch gut passen, wenn man irgendwie gut vereinbaren, ohne groß zu touren und so auf der Bühne sitzen zu müssen. Stimmt. Ja. Aber gibt es so Unterricht in irgendeiner Form? Ja, ich mache Bandcoaching, also das ist Musikarbeit mit Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit und das ist sozusagen, ja, da treffen sich Jugendliche und machen, erarbeiten zusammen, Stücke, also die bringen dann Stücke mit, die sie gerne spielen wollen und ich helfe denen dann dabei, das umzusetzen, so mit meinen Kenntnissen, die ich habe auf den, auf so den klassischen Pop-Instrumenten, sage ich mal. Also so Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier kann ich bedienen und alles darüber hinaus, Streicher, Bläser und so, natürlich nicht. Aber das reicht auch zum Anfang. Die meisten Umsätze erzielst du aktuell als Live-Musikerin, oder? Ähm, ja, also als Live-Musikerin und als Licht- und Tontechnikerin tatsächlich. Mhm, auch. Genau. Und ich habe, also ich habe schon auch diese halbe Stelle als Pädagogin noch, darf man ja auch nicht. Unterschlagen hier. Genau, genau. Auch wenn ich da, wenn das jetzt nicht mehr so mein aller, aller Liebstes ist, also darf keiner falsch verstehen, ich mag die Arbeit schon gerne und die Jugendlichen und alles, aber Pädagogik ist schon auch irgendwie was kräftezehrendes. Also. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Genau. Stefan, zu dir mal wieder. du gibst ja auch Kurse, Unterricht, sogar One-on-One-Sessions kann ich bei dir buchen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich meine, ich habe ja mehrere Poolen durchgemacht, kann man sagen, und ähm, ich habe auf die Dauer gemerkt, ich kann ganz gut erklären und das nehmen die Schüler dann auch auf und ähm, ich weiß nicht, ich glaube vor fünf Jahren angefangen mit Ableton zu unterrichten und hatte da als erstes einen 13-jährigen Schüler, der aber halt auch schon Geige spielen konnte und das hat dann bei dem ganz gut geklappt gleich und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht ausweiten und dann über Ebay Kleinanzeigen das anbieten und dann habe ich ja mit der Zeit dann auch meine eigene Facebook-Seite gemacht und jetzt ist gerade der Plan dann jetzt auch die eigene Webseite für Unterricht und dann aber auch, also ich mache jetzt gerade auch mein eigenes Label und deswegen jetzt auch GEMA und GVL und die ganze Sache und dann läuft das dann auch alles über eine Plattform, da kann man dann entweder mastern oder Unterricht dann bei mir buchen und oder mixen und ja, dann versuche ich alle Dienstleistungen und Unterrichtssachen erst mal unter eine einen Hut zu bringen, der dann Bobinger Audio heißt und da kann man dann hinkommen und unterschiedlichen Dienstleistungen oder Unterricht oder dann auch Auftritte von mir buchen, also ich bin gerade auch dabei, neues Konzept für größere, also jetzt eher so Theater-Sachen und Ambient und solche Sachen an den Mann zu bringen und da mache ich, setze ich gerade so das Konzept um und dann gehe ich dann auch also persönlich an die Leute ran, wo ich das dann auch machen will, weil das ist glaube ich auch vergessen viele Musiker, dass man eben selbst zu den Veranstaltern hingehen muss, denen sein Projekt sozusagen bewirbt, dass die dann auch eine Veranstaltung damit machen, weil wenn man selber halt nicht hinterher ist, um sein eigenes Projekt an den Mann zu bringen, dann wird auch keiner von selber auf dich zukommen und sagen, hier, mach mal was für mich, also wenn, wenn du noch keinen Namen hast, dann wird da auch nichts passieren. Hast du ja, aber nochmal einen Punkt angesprochen, eine eigene Webseite, bis jetzt habe ich ja immer ein bisschen gelästert bei dir, ich habe gesagt, guck mal, der Bobinger hat nicht mehr eine eigene Webseite, der verlässt sich ganz darauf, dass Facebook ihn immer lieb hat und die anderen kragen. Die Frage ist, also ich bin mir selber nicht so bewusst, also auch bei Kollegen, ich sehe, die haben dann zwar teilweise eine Webseite, aber wenn ich dann mit denen rede, wie viel dann darüber reinkommt, direkt über die Webseite, schweigen sie dann meistens, also deswegen ist für mich häufig auch schwer zu sagen, wie viel das dann bringt. Also es ist so eine Einstellung in der Gesellschaft, wenn du selbstständig bist, dann solltest du eine eigene Webseite haben, so wie ich das im Moment verstehe. Bloß die Frage dann auch, wie viel kommt dann wirklich über diese Webseite und ist das eigentlich nur, ja, ich glaube, die Gesellschaft, dass das so sein kann. Stefan, Superniere, Stichwort Superniere. Ja. Da hören wir mal einen Unterschied bei einer Superniere. Irgendwie klappt das nicht, wenn man sich nicht selber monitort, vor einer Superniere zu sitzen, das wird immer leiser auf Dauer, ne? Ja. Oh, meine Fresse, jetzt haut er uns die Ohren weg hier, das ist schlimm. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken, Benjamin hat es ja geschafft, einen Kompressor vorher noch einzuschleifen, ne? Ins Mikrofon. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz lohnenswert. So ein bisschen Radio. Wenn wir heiß besorgen oder so, dann wird er da vorgeschaltet. Aber, Thema eigene Webseite, Benjamin, du hast eine eigene Webseite, ist, glaube ich, aus einem Grund ganz gut, weil man kann nicht gesperrt, gelöscht und ausgesperrt werden, hat Kontrolle über das, was da passiert und wenn dann Facebook einen nicht mehr lieb hat, kann man dann immer noch zu benjaminschwenen.de gehen und sich dort informieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Rückversicherung. Ja, ich habe das, vielleicht hat Stefan recht, also die Webseiten sind eigentlich sehr 90er, aber es ist trotzdem gut, eine zu haben, kostet ja auch nicht die Welt. Ich nutze das auch so ein bisschen, um Leuten wie so eine Art Visitenkarte zu sagen, guck mal, das habe ich gemacht, da war ich dran beteiligt. Also durch Einbinden von YouTube-Videos, von Bands, für die ich gearbeitet habe, dann kann man immer so sagen, guckt euch das mal an. Genau. Und die Cookie-Verwendung muss natürlich bestätigt werden. Oh, AboutCookie.org hier da. Ja, und dann löschen. Auch noch. Also, was muss ich denn da drauf machen? Oh, Sicherheit. Genau, da in die Mitte. Benjamin, ja, das war, ja, meine Frage, also wie häufig gehst du dann da an die Webseite nochmal ran und aktualisierst da was und machst du das dann selber oder gibst du das an den Betreiber, also wo du sozusagen, wo die Webseite auf dem Server läuft, gibst du das an die weiter und die legen das dann für dich ein? Das ist auch immer noch so eine Frage. Ich habe das von jemandem bauen, erstmal grundsätzlich bauen lassen und mir dann aber zeigen lassen, wie ich Videos einpflegen kann oder wie ich Grafiken und Texte einpflegen kann. Das mache ich jetzt nicht so oft, aber so ein YouTube-Video, das ist relativ schnell gemacht, also das da einzubinden, weil diese, diese zwei großen Website-Firmen, die da diese ganzen Templates ermöglichen, die haben das schon ganz gut gemacht, sodass du zum Beispiel Textelemente einfach kopieren kannst und dann hochschieben kannst und dann hast du den gleichen Text, die gleiche Schriftgröße, der zeigt dir dann gleich, auf welcher Ebene du das anbringen musst, damit das parallel alles ist. Das ist schon relativ einfach. Das mache ich dann auch, ja, jetzt schon alle paar Wochen mal, gucke ich dann mal, ob sich irgendwas getan hat. Wie viel das bringt, lässt sich immer ganz schwer messen, aber ich verweise doch immer mal wieder auf meine Webseite und das Google-Ranking beim Namen Benjamin Schweden hat sich jetzt auch, also meine Webseite, die ich ja erst vor anderthalb Jahren gebaut habe, das ist jetzt auch nach oben gerutscht. Das, was mir halt zeigt, sie wird halt schon das ein oder andere Mal angeklickt und deswegen denke ich, ist es nicht schlecht. Es kostet ja auch nicht die Welt. Also so eine Host-Provider-Gebühr, ich weiß nicht, das sind 60 Euro im Jahr und ja, und den Rest kann man fast selber machen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen bewandert ist. Du müsstest es vor allen Dingen sowieso selber machen können als Computerspezi. Ich bin bloß zu faul bis jetzt gewesen. Ich weiß ja immer, dass es dann Zeit dauert. Also, ich habe eine Website bei einem, darf ich Werbung machen? Darf ich Werbung machen? Also, ich bin super happy mit denen. Das ist hier alles nur Werbung. Klar. Stimmt. Nee, also, also ich zahle da ein bisschen mehr als 60 Euro im Jahr, aber ich bin mega happy, weil ich überhaupt keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie man da irgendwie was einpflegt, programmiert, HTML, Java, wie auch immer. Und das ist halt so eine, also Band-Suche heißt die, da hast du so eine Template und ich kann das vom Handy aus spontan machen. Wenn irgendwie ein Gig reinkommt und ich bin gerade unterwegs, dann logge ich mich über das Handy ein oder auch Einpflegung von Videos. Super einfach damit und ich finde, es sieht ganz, ganz schön aus. Also, die haben ganz verschiedene Templates, die alle sehr geschmackvoll gemacht sind und man kann sich aber auch das alles komplett selber bauen da. Von null angefangen. Aber du würdest auch sagen, sowas sollte man auf jeden Fall haben, damit man nicht ganz nackig im Netz ist, falls es eine Änderung bei den Nutzungsbedingungen eine der größeren Plattformen gibt. Oder du gehackt wirst oder so. Kann ja auch sein. Du bist gehackt und danach wirst du, dann wird der Müll gepostet auf deinem Account, danach wirst du für immer da gesperrt und dann war es das mit Bobinger Audio. Hast du noch deine Webseite. Oder was immer. Also ich glaube es schon, also ich sehe das auch ein bisschen ähnlich, wie Stefan das vorhin beschrieben hat. Irgendwie wird erwartet, dass man eine hat, wie viel dabei rumkommt. Keine Ahnung, kann ich jetzt auch schwer sagen, aber es ist schon so, dass es irgendwie, dass Leute das erwarten, dass man die Website wenigstens hat. Also ich habe jetzt da auch meinen Store und alles. Das ist schon nicht schlecht, dass ich meine CD auch darüber verkaufen kann. Aber ehrlich gesagt, verkaufe ich schon die meisten CDs immer noch auf Konzerten, weniger über die Website. Aber ab und zu kommt es vor. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, dass man irgendwie professioneller rüberkommt, wirkt, wenn man eine Website hat. Also Fragen auf jeden Fall viele danach. Also genauso viel, wie sie auch wollen, dass man auf Facebook und YouTube zu finden ist. Fragen sie auch, eine eigene Website gibt es auch? Ah ja, okay. Dann gucke ich mir die mal an. Alles klar. Stefan, wir zeichnen heute ja nur auf. Video kommt erst morgen. Ich würde dir raten, heute noch, wenn noch nicht gemacht, boomingeraudio.de anzumelden. Hast du das schon gemacht? Du meinst, weil wir drüber geredet haben und einer mir den Namen klauen will? Genau. Es ist die Frage, ob ich dann wirklich .de will oder ob ich nicht eine andere Änderung will, die viel cooler ist. Na, die brauchst du aber auf jeden Fall auch. Ach so, ja, warum? Nur so. Könnte ja auch .berlin sein oder so. Ich nehme die. .berlin, boomingeraudio.berlin. Kommst du bei mir raus. Und ich nehme dann 10% Handling für alle Anfragen. Jetzt sind wir schon beim ekligen Thema, finde ich. Gewerbe anmelden, Steuern, Mehrwertsteuer, was muss man da eigentlich alles wissen? Also ich kenne aus eigener Erfahrung den ein oder anderen Musiker, der das mit der Mehrwertsteuer nicht so ganz verstanden hatte. Der dachte, die wäre für ihn und hat die dann ausgegeben und hat dann ganz dumm geguckt, als er dann mehrere tausend Euro nachzahlen musste, die er schon ausgegeben hat. Wie funktioniert das? Wie viel Mehrwertsteuer muss man in Rechnung stellen für die verschiedenen Dienstleistungen, Benjamin? Das ist nämlich gar nicht so trivial, ne? Genau. Ich bin nämlich auch vor ein paar Jahren erst umsatzsteuerpflichtig geworden. Es gibt da so eine Schallgrenze von 17,5 im Jahr. Wenn man da drüber kommt, wird man umsatzsteuerpflichtig. Man kann sich als Künstler davon befreien lassen. Da muss man, glaube ich, beim Senat irgendwie einreichen. Da gibt es ein Formular, wenn man das nicht möchte. In meinem Fall macht es allerdings Sinn, weil ich ja viele Anschaffungen als Studiobesitzer auch habe. Und wir als Musiker in der Regel 7% Umsatzsteuer auf die Rechnung erheben, aber bei allen Ausgaben im Grunde 19% dagegen rechnen können. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn man viele Ausgaben hat. Mit den 7% und 19% muss man ein bisschen aufpassen, nämlich wenn ich ein Album produziere, bin ich künstlerisch tätig und mache auf die Rechnung 7%. Wenn ich das Album mische, bin ich ein Dienstleister und muss 19% auf die Rechnung schreiben. Das sind so kleine Kniffe. Auch als Live-Musiker gilt eigentlich die Regel, bist du Hauptattraktion des Abends, also kommen die Leute wegen dir zum Konzert, nimmst du 7, stehst du bei irgendeiner Boutique-Eröffnung mit der Gitarre an der Seite und klimperst ein paar Töne, bist du eigentlich Hintergrundmusik und nicht Veranstaltungsmittelpunkt und musst eigentlich 19% nehmen, was die Finanzämter aber, also was in der Regel, auch wenn du immer 7 nimmst, wird ja auch nicht angelastet. Also die meisten Musiker nehmen 7% auf ihre Rechnung. Und man muss ja auch aufklären, also diese Mehrwertsteuer ist eigentlich für uns Musiker und Gewerbetreibenden durchlaufender Posten. Die nehmen nicht wir ein, sie nehmen wir für das Finanzamt ein. Als Konsumsteuer können aber auch alle Waren und Dienstleistungen, die wir kaufen, diese Mehrwertsteuer abziehen, uns zurückerstatten lassen, weil sie auch für uns, wenn wir sie bezahlen, ein durchlaufender Posten ist. Also ich empfehle da immer Mehrwertsteuer einfach aus dem Auge, aus dem Sinn, einfach so betrachten, wie da kommt was an, das gebe ich weiter und ich kann, rechne auch immer alles nur netto. Also wenn ich was kaufe, rechne ich netto. Wenn ich eine Rechnung schreibe über 500 Euro, dann denke ich netto und nicht den kompletten Betrag und dann hat man dann auch am Ende des Jahres mit Steuernachzahlung nicht so ein Problem. Janett, wie sieht das bei dir aus? Ich bin zum Glück noch nicht umsatzsteuerpflichtig. Ich schaffe das immer noch, da so drum herum zu kommen, weil es geht ja um diese 17.500, beziehen sich ja auf die, auf das, was man selbstständig einnimmt. Und ich habe halt diese halbe Stelle noch und kann dann immer ganz viel von meinem Gewinn noch abrechnen. Deshalb bin ich da nicht drunter. Ah, okay, das ist cool. Genau. Zum Glück. Denn, Stefan, ab einem gewissen Betrag musst du nämlich auch eine Vorauszahlung leisten. Das muss man sich auch klar machen. Also es gibt Umsatzsteuervorauszahlungen. Wenn man eben relativ viel davon bezahlt, macht man jeden Monat eine Abrechnung. Dann wird das jeden Monat ausgerechnet, wie viel man bekommt oder zahlen muss. Bist du schon umsatzsteuerpflichtig, Stefan? Nö. Also ich bin auch noch, ich bin gerade auf dem Weg da auf die Schallgrenze zu und bin auch mit meiner Steuerberaterin dann halt, wie wir das dann machen, wenn sich das dann wechselt. Also da ist es dann auch besser, das dann glaube ich nicht allein zu machen, sondern dann auch einen Steuerberater dafür dann zu haben. Hm. Okay. Genau. Und Nonel, du hast glaube ich gerade was verwechselt und zwar es gibt die Vorauszahlung, die leiste ich auch im Quartal. Das ist sozusagen für die Einkommensteuer, also die, dass ich quasi im Quartal schon mal einen gewissen Teil meiner Steuern, die ich ja auf meinen Gewinn zahlen muss, ähm, ans Finanzamt übermittel, damit ich sozusagen nicht das, damit dem Finanzamt nicht das ganze Jahr, das Geld, was ich ja eingenommen habe, schon fehlt. Äh, das ist das eine, das andere ist diese Umsatzsteuer, ähm, Geschichte. Das passiert auch im Vierteljahr. Das ist aber genau das, wo geguckt wird, wie viel Umsatzsteuer hast du eingenommen, wie viel Umsatzsteuer hast du ausgegeben und dann wird das verrechnet und dann zieht dir das Finanzamt meistens Geld ab. Deswegen lege ich meine Umsatzsteuer, die ich, ähm, dann sozusagen immer auf die Rechnung aufschlage, immer auf ein anderes Konto. Die sind dann wirklich aus dem Augen, aus dem Sinn. Ähm, das hat aber wirklich jetzt nichts mit dieser Einkommenssteuer Vorauszahlung zu tun. Ähm, genau. Und bei manchen, äh, muss, wenn du ganz hohe Einnahmen hast, wenn du zum Beispiel mal in einem Monat was als Musiker, ähm, durchaus passieren kann, wenn du eine große GEMA-Ausschüttung hast, ich sage jetzt mal 12.000 Euro, hast du ja in dem Monat einen ziemlich hohen Gewinn gemacht, kann das Finanzamt sagen, wir möchten jetzt monatlich diese Umsatzsteuer, äh, Berechnung machen. Äh, das ist mit einem Kumpel von mir passiert, der muss es halt jetzt monatlich machen. Ich bin im Quartal dran, muss dann immer gucken, meine Rechnung, meine Einnahmen, meine Ausgaben, schicke das meinem Steuerberater und dann kriegt es das Finanzamt sozusagen übermittelt. Aber, das ist halt, ähm, der große Fehler, den manche Musiker machen, junge Musiker, wenn sie plötzlich durch die GEMA, ich sage jetzt mal, 100.000 Euro kriegen. freuen die sich natürlich, gehen zum Mercedes-Händler und kaufen sich das neue Modell für 70.000, haben dann noch 30.000 über, dann am Ende des Jahres sagt dann das Finanzamt, ah, 100.000 eingenommen, bitte mal 40.000, äh, Euro Einkommensteuer nachzahlen und, äh, vorauszahlen, fürs nächste Jahr wollen wir jetzt pro Quartal, ähm, weil ja ihr Gewinn steigen wird, 12.000 Euro möchten wir im Quartal schon mal haben als Vorauszahlung. Und dann sind die Musiker schneller pleite, als sie gucken können. ähm, deswegen ist mit dieser Steuer, da muss man wirken. Oft passiert, oft passiert. Aber, und, äh, ich bin zum Glück lange angestellt gewesen und konnte mich mit dem, mit dem Steuerthema schon so ein bisschen auseinandersetzen, dass ich, äh, dass ich weiß, dass das Geld, was, was jetzt als Freiberufler reinkommt, dass mir das nicht vollständig gehört, sondern vielleicht nur 60 Prozent. Das muss man lernen, wenn man vorher angestellt war, weil da gehört einem das Geld, was man bekommt, ist ja schon, da sind ja schon die Steuern runter. Ist schon alles weg, genau, vorher schon abgegriffen worden. Janett, du wolltest was dazu sagen? Ja, nur ganz kurz zu dieser Vorauszahlung, weil Einkommenssteuer zahle ich natürlich auch voraus. Und ich hatte das auch mal so, dass ich in einem Jahr ganz viel verdient habe und das ist überhaupt kein Problem, dann zu sagen, das war ein Ausnahmejahr. Im nächsten Jahr verdiene ich vermutlich nur so und so viel, dann haben die das sofort runtergekriegt. Also da musste ich in dem, das liegt jetzt auch ein bisschen zurück, aber da musste ich dann wirklich ein Jahr gar keine Vorauszahlung leisten. Ja. Einkommens. Das hatte ich auch schon mal gemacht. Man kann mit denen reden. Das Problem ist, das Finanzamt, für das Finanzamt gibt es Unternehmen eigentlich nur, die im Aufbruch sind, die sich entwickeln und die sich linear entwickeln und immer mehr Umsätze machen. Und das widerspricht ja dem Musikeralltag. Wir haben ja Jahre, wo wir gut verdienen, weil wir Engagements haben, weil wir einen fetten Hit hatten oder und dann gibt es Jahre, wo es ein Drittel davon ist. Und da kann man tatsächlich mit den Finanzbeamten, da sind die auch in Berlin sehr nett und kulant, kann man sagen, Leute, das war jetzt eine Ausnahme. Nächstes Jahr kann ich euch jetzt schon sagen, wird es die Hälfte sein. Können wir da ein bisschen mit dieser Vorauszahlung was machen, damit man halt nicht Steuerberater hast. So viel. Kann dir eine BWA ans Finanzamt schicken mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung und da steht ja dann meistens auch schon drin, dass du wieder deutlich weniger verdient hast und dann kann man das ohne Probleme regeln, dass man weniger Einkommenssteuer vorauszahlen, du hast recht, Einkommenssteuer vorauszahlung zahlen muss. Gut. Ganz wichtiges Thema. Eigentlich als Freiberufler die einzige Institution, mit der man wirklich zu tun hat, mit der man sich nicht verscherzen sollte. Und die auch leider nicht unterbesetzt ist, soweit ich gehört habe. Personell. Die nicht unterbesetzt sind und die auch nicht mögen, wenn man mal zwei Wochen später überweist. Also mit dem Don't fuck the Finanzamt off. Oder wie sagt der Engländer? Don't fuck with the Finanzamt. Das sind die herzesten Hunde auf jeden Fall. Stimmt. Genau. Stefan, du bist ja immer noch unter diesem immunösen Satz, dass du Mehrwertsteuer berechnen musst. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass du noch keinen Gewerber angemeldet hast. Also ich bin halt als Kleinunternehmer gemeldet. Okay. Deswegen habe ich auch keinen GbR oder sowas gemacht. Ich bin ja auch keine Band. Okay. Ich meine, ich habe jetzt nicht sozusagen, dass ich mich mit drei anderen Leuten zusammen eine Firma habe, so wie das ja bei Bands teilweise der Fall ist. Und da, wie gesagt, da lohnt es sich dann vielleicht doch eine Rechtsform anzunehmen. Bist du schon eine Firma, Benjamin? Mit Gewerbeanmeldung? Also ich habe keine Gewerbe. Ich habe keine Gewerbeanmeldung. Ich bin freiberuflicher Songwriter, Produzent und Musiker. Und mir hatte man so gesagt, dass man eine Gewerbeanmeldung macht, wenn man zum Beispiel ein Studio hat, was ein Mietstudio ist und quasi die Tätigkeit auch ein anderer ausüben könnte in meinem Studio. Jetzt einen befreundeten Produzenten, der dann da in dem Studio produziert. Dann habe ich ein Gewerbe. Aber für mich ist es ja ein Produktionsraum, mein Arbeitsraum als freiberuflicher Musiker. Demnach ist da jetzt eine Gewerbeanmeldung nicht notwendig. Okay. Kommt auch für dich nicht in Frage, Janett. Nee, ich habe jetzt gerade die Ohren gespitzt, weil ich will ja meinen Raum hier, in dem ich jetzt noch bin bis Ende des Monats, möchte ich ja gerne als Arbeitsraum weiter behalten. Und ich hatte auch die Idee, dass man sich den vielleicht teilt. Dann wäre das, würde das vielleicht eine Rolle spielen, ne? Eventuell, ja. Also, genau. Das ist halt die Frage, aber ich musste. Also ich glaube, was Benjamin meinte, ist, dass das dann über seinen Namen läuft, Light Mountain Studio, und dann sitzt da einer drin und macht dann die Arbeit fürs Light Mountain Studio und, ne? Ach so. Ach so, okay. Verstehe. Ja, das ist dann wie eine Bäckerei oder so etwas ist für mich ein Gewerbe. Und ich habe ja kein wirkliches Mietstudio mit Preisen, sondern ich produziere hier, ich mische hier, mache hier meine Sachen und demnach ist nach meinem Dafürhalten eine Gewerbeanmeldung nicht notwendig. Okay. Wenn das Finanzamt das auch so sieht, dann ist alles gut. Jetzt haben wir ein paar Sachen jetzt durch, glaube ich. also GEMA, GVL, du kannst dein Know-how als Softwarenutzer von Cubase und Co. dazu benutzen, um Workshops zu geben, als Produktspezialist zu arbeiten. Du kannst, Benjamin, machst du auch, bist du auch Gitarrenlehrer zum Beispiel? Ich bin Diplom- Musikerzieher, ich bin Gitarrenlehrer, tatsächlich, aber ich habe mich so ähnlich wie Janett entschlossen, nicht oder weniger zu unterrichten. Also zurzeit unterrichte ich bis auf diese Fabfilter-Dozentengeschichten, was ich demnächst auch mal an der Hochschule der populären Künste machen werde, jetzt nicht zu unterrichten als Gitarrenlehrer. Das ist ein Element, wo ich merke, das kostet mir sehr viel Kraft und ich will dann lieber einen Song schreiben und das ist vielleicht auch ein Tipp für Leute, die Geld mit der Musik verdienen und sich sozusagen, ich vergleiche das immer so, man ist als Freiberufler auf einem offenen Meer, ein Schiffbrüchiger und um einen herum schwimmen die vielen Holzteile und man neigt dazu, sich einfach an dem nächstbesten Holzteil festzuhalten, um sozusagen über dem Wasser zu bleiben, hat aber eigentlich als Traum ja zu der Insel zu kommen und da muss man sich dann auch mal das eine oder andere Stück Holz einfach ziehen lassen und dann die Kraft zusammennehmen, zu sagen, da will ich hin, anstatt jetzt, sage ich mal, jeden kleinen Job anzunehmen und am Ende merkt man nach 40, 50 Jahren, eigentlich war das nicht das, was ich machen wollte und es steckt auch eine große Gefahr in dem Berufs, Berufsmusiker, dass einem diese Leidenschaft, die man dafür hat, durch die Umstände verleidet werden und dass man, ich habe viele Musiker gesehen, die mit 40, 50, 60 doch sehr deprimiert waren, obwohl man von außen sagen würde, du machst doch das, was dir Spaß macht, weil man halt dann doch, weil dann doch nicht alles so ist, wie man sich das erträumt hat, also das, es ist kein Zuckerschlecken. Da lacht er noch, noch lacht der Stefan, aber wenn er dann 60 ist, dann sagt er auch, da kann ich mir nur Beipflichten. Ganz anders vorgestellt, ich wollte nicht als Reaktorbauer alt werden. Naja, als Reaktorbauer kann ich mir das schon vorstellen, aber bei den anderen Sachen ist das immer so die Frage. Nee, aber der Benjamin hat schon recht, also ich habe jetzt auch gerade so ein Angebot gehabt, wo ich irgendwie Live-Phone-Technik dann durch ganz Deutschland hätte fahren müssen und dann war der Preis aber auch nicht der, den ich dann also eigentlich gern gesehen hätte und ich meine, das wäre dann wieder Praxis gewesen, dann ist man unterwegs und so, aber dann ist man da auf dem Job und macht den und hat irgendwie schlechte Laune, weil irgendwie nicht so viel Geld bezahlt wird, wie man eigentlich dafür erwartet und nur um dann halt wieder unterwegs zu sein und sagen zu können, ich habe jetzt gerade mal wieder bei einer Band jetzt irgendwie Live-Tone für neue Sessions gemacht, dann aber auch wieder schlechte Laune zu verbreiten, ist auch irgendwie nicht die Idee. Es gibt einen ganz guten Gratmesser, es gibt einen ganz guten Gratmesser, den ich für mich immer anwende, entweder es gibt Geld, es macht Spaß oder es bringt mich weiter und mindestens ein Element sollte vorkommen, zwei sind schon super, drei wäre mit der eigenen Musik weiterkommen und um den jeder hat. Aber es darf, es muss mindestens eins da sein, also kein Spaß, kein Geld und es bringt dich nicht weiter, dann ist man fehl am Platz. Okay. Das war meine Schlussfolgerung. Das war meine Schlussfolgerung, die Benjamin gerade gemacht hat. Genauso habe ich das auch abgewägt und dann habe ich gesehen, nein, keins der drei Punkte wird erfüllt und dann mache ich nichts. Okay, gut. Zu wenig Geld, kein Spaß, bringt mich nicht weiter, vergiss es. Das wäre auch meine Antwort gerade gewesen auf, du wolltest fragen, wie es bei mir läuft, ne? Ja. Nein, Erik. Genauso sehe ich das auch, also ich bin ganz viel in so einem Theater verbandelt, so ein englischsprachiges Jugendtheater und das ist, also die haben zum Beispiel kein eigenes Haus und das ist alles wahrscheinlich, also die zahlen weniger als irgendwie große Produktion, aber es ist so ein mega tolles Team und es macht so krass viel Spaß, dass das, also dass ich das wirklich super gerne mache und also teilweise lieber als irgendwie dann irgendein großer Auftrag, wo ich merke, dass irgendwie einfach nur Druck und sind irgendwie und sympathische Leute dahinter, was ja im Musikbusiness leider schon auch oft mal vorkommt, dass da nicht so die ganz tollen, angenehmen Menschen unterwegs sind, sage ich mal. Also man merkt das ja, ob die Sache einem irgendwie mehr Energie kostet, als sie einem bringt, ne? Genau. Ja. Jetzt haben wir doch super Schlussworte schon gehabt heute, ne? Oder? Fällt euch noch was ein, was wir vergessen haben, sonst machen wir Schluss. Vielleicht noch eine Idee, was man nicht vergessen darf, wenn man zum Beispiel selber Künstler ist, der Berliner Senat vergibt immer Stipendien für Konzerte oder Aufnahmen. Das wissen nicht so viele. Stimmt. Ist auch ein unglaublicher Aufwand, sich da diese Anträge zu schreiben, aber wenn man jetzt zum Beispiel plant, mit einer Band durchzustarten, die irgendwie interessant ist, kann man sich dann da immer mal gucken, da gibt es immer jedes Jahr wieder neue Fördergelder und Stipendien. Genauso das Goethe-Institut, die auch Musiker unterstützen, zum Beispiel mal eine Reise nach Afrika zu machen, dort mal zu spielen oder zu unterrichten oder was auch immer. Da lohnt es sich dann auch mal zu gucken, was sozusagen die Stadt Berlin für den Musiker so bereithält. Bedingung ist dann immer, dass zwei Drittel der Band aus Berlin oder in Berlin wohnen und leben und arbeiten und dann kann man sowas auch mal probieren und dann gibt es dann halt irgendwie so eine fette Videoproduktion und da steht unten halt am Abspann gefördert durch so und so. Da sollte man sich auch nicht schlecht bei fühlen, weil jedes Filmprojekt, jedes in Deutschland, wird durch Fördergelder gemacht und das sind ja Budgets, die lachen ja über unsere Audio-Budgets. Also für 8.000, 9.000 Euro, da fahren die mal eine Kamera dahin und nicht mal einen Catering-Wagen. Und deswegen, das ist da Usus, dass man guckt, wo kriege ich die Catering-Wagen, um mein Projekt zu realisieren. Nur als kleiner Tipp nochmal. Also da kann ich dazu sagen, also es gibt das Music Board Berlin, es gibt die Kulturförder, den Kulturförderpunkt Berlin, Bandbüro Berlin und Musikpool Berlin. Das sind alles drei unterschiedliche, ne vier unterschiedliche Fördertöpfe sozusagen, bei denen man sich bewerben kann. Also es ist dann bei jedem natürlich unterschiedlich, was die dann unbedingt wieder genau fördern. Es gibt dann auch wieder welche, die fördern eine Tour ins Ausland und zahlen dann die Flüge und solche Sachen. Also das muss man dann abwählen. Ja, cooler Tipp. Also auf jeden Fall mal in der Stadt, wo ihr wohnt, schauen, ob es da Förderungen gibt, regionale, überregionale. Genau, also überregional habe ich auch noch was. Da gibt es dann noch die Initiative Musik und die Kulturstiftung des Bundes. Cool. Gut. Machen wir Schluss, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei Janett, dass sie heute dabei war. Danke auch. Beim Stefan und beim Benjamin. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like würde uns freuen. Ihr könnt den Channel auch abonnieren, müsst ihr aber nicht. Bis bald. Ciao.